Und wie lange ist so ein Entstehungsprozess? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert das? Von dem ersten Versuch bis zum fertigen Rezept? Wenn man irgendwo beim Autofahren fällt einem etwas ein und sagt, ich habe was im Kopf. Einen Weizen-Waliwein und das will ich jetzt unbedingt durchsetzen. Und dann geht es eben los, welche Option können wir dazu basteln? Wie soll das Malz ausfallen? Dann setzt man sich eben hin mit seiner Malzliste, guckt welche Aromen man aus dem Malz haben möchte. Nehmt ein, zwei Hefen, testet durch und dann fängt man eben an zu brauen mit kleinem Maßstab. Bei uns sind das so 30 Liter. Probiert einfach einmal aus. Und dann sieht man ja, wo man Stellschrauben hat, die man noch verändern muss. So ein bisschen wie beim Koch, der auch so ein bisschen durchprobiert. Bei uns dauert es nur leider ein bisschen länger. Wir müssen vier bis sechs Wochen auch das Ergebnis haben. Und deshalb kann es teilweise sein. Also wir haben zum Beispiel ein Rezept von einem Ember Ale. Das brauchen wir jetzt insgesamt schon seit fünf Jahren immer wieder mal. Mit verschiedenen Malzen, mit verschiedenen Hefen, mit verschiedenen Hopfen. Und das sollte eigentlich unser erstes Bier werden, aber die Hopfen gab es dann nicht mehr. Und deshalb spüren wir jetzt wieder mit neuen Hopfensorten und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.